ja die ojo leute und hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge warframe zusammen mit marcus und mit futter der irgendwo da hinten auch so wie ein bespacko rumhüpft juhu die hinwegten rollchamps ich hab glaub wir haben wieder ein bisschen was geändert hier ja wo wir hin links oder war aus oder rechts also wir haben schon wieder eine anzeige die uns sagt wir müssen 37 feinde töten jetzt geradeaus oder rechts rum was jetzt recht recht so halb es ist egal wie um du gehst ja aber nun menschen kinder ja ich bin auch da aber der looter ist nach ich will es ist ein kürzelt ich habe nicht mehr kürzelt jetzt bekommen ich habe mich ja für munition ich habe 35 würde es bekommen okay ich habe jetzt hier runter was ist da ist einer hier ist einer das ist das ist ein roter bubble ich bin ich bin immer noch hart auf loot suchen also ich mache die tür auf ihr wisst ihr den an und dann gibt die ebene da sind mehrere drei stück ein habe ich zweiten habe ich hatte ich nicht weil ich alter da oben sei da das ist so ein fleischi typi schöner headshot gegeben die leichen lösen sich alle aufwärts hier in der wand was habe ich denn über dem kopf alle drei einen habe ich ich gehe mal oben ich gehe unten mit markus ich gehe du rechts fuhr durch geradeaus das ist rechts wo ja bei der treppenhals bei links ok da ist einer ich sehe hier oben keinen mehr ok das ist noch blut markus nicht so weit vor nicht so weit vor kappi lud alter ist auch noch blut klappt denn ich werde was da drüben schon wo hier rechts noch nicht mehr wir sind drei kisten habe ich gemeint von kugeln nein hier oben warst du da hin ich habe gesagt dass der futter hochgehen soll aber der war da nicht ich war oben er jetzt aber vorher nicht jetzt gehen wir runter da ist noch so ein ding das will ich noch haben ich habe da schon zwei gekillt ich habe da drin schon zwei leute gekillt da sind keine mehr oder ist einer ich habe da nur zwei gesehen ah ist tot das sind aber wenn wir noch viel mehr das ist weg das ist eine riesige anlage inspirieren drück nicht i warum dann kommst du auf mein profil ach so das habe ich auch schon gemacht und es lädt dann üblich lang und du kommst nicht zurück ins spiel ach so ich sehe keine ja bleib mal hier da 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 hast du gut da oben am wegpunkt ich habe die kiste aufgemacht scheiße hab ihn ja ich nehme den hinteren ich habe ich habe ich glaube ich hätte ich kann sie wegpunkte setzen ich mich gehe h h h ha 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 wieder entfernt naja klickt noch mal drauf dann ist er weg aber so können wir uns absprechen wo wir was meinen mit dem weg punkten macht einen wegpunkt weg markus einfach noch mehr drauf geht rücken draufziehen und geht rück nach dieselbe stelle wohin gehst du jetzt mal kurz der macht ihr das ein ding erwarten wir hier auf ihn oder auch nicht ich kann trotzdem noch hinterher nein konnte ich habe zu weit gesprungen da oh glück heute so wallchamp hier bisschen verreckt aber oh ich habe einen nav koordinaten gefunden was sind denn koordinaten von irgendwas was naft koordinaten wahrscheinlich das navigationssystem für eine neue mission oder so mhm geiler scheiß habe ich jetzt auch eine nav koordinaten ich bin wieder bei der tür wo es weiter geht wenn man wegpunkt danke danke bei ihr braucht jetzt nicht alles mit wegpunkt ist das ist markus ja natürlich ist es markus wie komm ich die wand hoch die treppen würde ich nehmen an eurer stelle die direkten ja hier vielleicht so ja hier treppen ja ja ich gehe sauber sauber okay ich gucke rechts links ich mache ich gerade aus gut alle augenfläche ich muss mein ohr juckt ach da hinten ist eine loot chest ihr auch links die kann man aufschießen ja ja die kann man aufschießen das haben sie aber auch geändert ne nein ne war schon immer so echt kannst du vorher wieder weg öffnen welche welche das sind die maschinen hier hätte ich jetzt gesagt wir euch einfach nie duckt halt ne ja ich hab mich gedruckt eigentlich weit bis marco soweit ist was ich bin schon ja eben du bist wieder vorausgelaufen das hab ich immer wieder vorausland ich geh oh ganz viele ich nehme mittlerer hinten Gott haben wir alle ich bin mir da noch nicht so sicher der gang ist lang da da links stopp zwei stück einen habe ich zweiten habe ich oben ist sauber halt oben aus hier ist der nächste habe ich da ist eine karte leute hier liegt wieder karte wo ich hab's markiert druckpunkt druckpunkt die loot auf jeden fall aber hier sind noch gegner irgendwo also es gibt es noch rot da ja hier 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 sind auch noch welche der ball ich habe auch wieder ein dix da hinten auch noch ein hier hinten bei mir ist auch noch einer da ganz dahinten ich bin da ich holen wenn ich ihn sehe ich bin auch schon am weg dorthin aber trotzdem die seiten im abchecken da läuft einer ab und ich habe einer foto hinter dir die haben jetzt geweihe aufgegriffen für weihnachten wie geil ist das denn das das ja ich ja ich sag doch hinter dir war einer ja ich habe ihn getötet ja ich habe entschärft gut aber ich habe ihn getötet da waren noch irgendwo einer ja hier geht es jetzt wieder weiter ne ja aber erstmal looten ja oh nein die kommen alle wo die kommen hier wegpunkt der ist schon aber den loot nicht mitnehmen wo ihr ganz zurückgelassen habt wir wollten erstmal überleben ja gut die paar hanselöse bevor sie einen alarm machen wieder 1000 kommen ja lieber 1000 hat man jetzt ein bisserl echt schon mal mal interessieren wenn man mal alarm macht wie viele wirklich kommen viele wir hatten schon mal so ein alarm wo dann auf einmal 10 vor uns standen man wie ging das mit dem in der luft fliegen ich weiß nicht mehr wie das in der luft fliegen ging ah ich kann noch einen dropkick ja ok hier ist einer bist du das hätte ich schon wieder vorgelaufen aber hier nichts ist habe ich zwei stück habe ich schon gut ich bin links und rechts ja ja links nein verschossen habe ihn was mir auch noch mal ein zwei die mitte sieht safe aus aber links höre ich noch welche ich glaube rechts ist safe wir sind weiter hier ist eine welt und noch eine größere welt ja das ist eine kommando zentrale vermutlich ja ich auch weiter ab hin wir haben hier unsere energie brauchen naja zu gut sind meint ihr da oben ist noch was kann sagen okay sie sind noch oder irgendwo rennt noch ein herum ja stimmt da wo da der nach kohlen hat jetzt erst mal nach kohlen hatte letztes da unten irgendwo ich bin über den drüber gefallen Leute überlegt ja war ein cooler move habt ihr die nach kohlen hatte hast du den move gesehen ja der war jetzt richtig schlau ohne gespannten bogen im alleingang durch eine tür rennen und da haben wir uns ein Alarm jawohl jetzt gibt es Action wir haben alle Ziele eliminiert aber da kommt doch keine Sorge ja weil ich gehackt habe ich habe keinen Verdacht mehr der Alarm gerade eben war nur eine Fehlzündung oh ja Markus bist du da ich bin da dann brauchen wir uns ja gar keine Sorgen mehr machen keine Gegner mehr draußen da wäre ich mir nicht so sicher bei der Flucht kommt doch immer so viele ah ne hier schluss hier schluss hier ist schluss ja also ich fand die Mission jetzt ziemlich easy peasy zugefügter Schaden am meisten von mir erlittener Schaden am wenigsten von Markus meiste getötete Gegner von mir meiste Kopfschusskills von Markus und mir und die meisten Nahkampfkills eines von Futur ja wir haben zwei oder drei NAV Koordinaten gefunden in dem Level ich weiß wohl nicht für was sie gut aber ich auch nicht aber ich denke damit können wir bestimmt neue Level freischalten einmal erwacht Quest Codex jetzt alarmierte Blau Pause Operation Balloff ja haben wir die gleiche nächste Nächste raus ne what the fuck es geht ab Operation Ice of Blythe okay wir sollen die Navigation checken was für ein Eisblau Eisblau ah jetzt da können wir die nebendran auch alle wählen da auf auf Merkur ist nochmal eine 1 zu 3 Version M Prime Welche bist du? M Prime auf Merkur Wann ja Alter da? gut dann hau mal rein ne hau mal rein mit der nächsten ja Alter meine hört gar nicht mehr auf zu lavaren ich meine auch nicht ich wiederholt es einfach die ganze Zeit wieder dieselbe Scheiße Wer fehlt? Kutu ist fertig mit Laden ich bin auch fertig und Markus fängt an ah da kommt der für Markus Markus kommt halt wieder hinterher hä warum haben wir jetzt wieder blaue Streifen von wann sie grün ey diese Raumschiffe machen auch was sie wollten ne hat Polipe